Sie haben vor 30 Jahren an der Entwicklung der Firma Zerax, das ist auch ein Skiwachs, einige werden das noch kennen, mitgewirkt. Was hat Sie jetzt nochmal dazu beworben oder bewegt, eine neue Wachsfirma zu gründen, die Firma Flexit, und da in dieses Business nochmal einzusteigen? Ja, also das war damals mit dem Zerax ja schon ein toller Erfolg. Das waren ja noch flurbasierte Produkte und auch lösungsmittelbasiert. Und jetzt gab es ja diese Bestrebung, dass man gesagt hat, man möchte gerne umweltverträgliche Gleitbeschichtungen für Skier haben. Und so habe ich mich wieder dran gesetzt und habe jetzt eine umweltfreundliche Version entwickelt. Die ist wasserbasiert und komplett flurfrei auf der Basis von Wasserglas und hat auch noch entschiedene weitere Vorteile. Weil es sich hier um eine anorganische Gleitbeschichtung handelt, also ein Ski-Coating, hält sie sehr lange, ist sehr hart, sie hält sehr lange und hat auch eine sehr niedrige Trockenanschmutzung und ist natürlich super schnell. Was können Sie für die Hobbyläufer oder auch für die ammunitionierten Wettkampfläufer also als Resümee sagen, was der besondere Vorteil des Produkts ist? Ja, der besondere Vorteil lässt sich in den drei Worten zusammenfassen. Easy, fast and clean. Es lässt sich sehr einfach und sehr schnell applizieren auf dem Ski-Belag. Es ist eine wässrige Flüssigkeit, die wird mit dem Schwammaufträger aufgetragen. Und in unter fünf Minuten hat man einen top präparierten Ski, wie man das von den klassischen Wachsaufbauten nur durch mehrere Schichten erreichen kann. Also man ist hier wirklich sehr schnell und es geht sehr einfach. Es gibt auch keine Verschmutzung des Arbeitsbereiches. Bei den klassischen Wachsbeschichtungen, die werden ja meistens im Heißwachsverfahren aufgebracht, nimmt man eigentlich immer viel zu viel Wachs. Das muss dann abgezogen und ausgebürstet werden, was dann zu einer Verschmutzung des Bodens führt. Es gibt auch Dämpfe, die entstehen, insbesondere wenn ich flurhaltige Produkte bei hohen Temperaturen aufbügle. Das haben wir alles nicht. Es ist eine Flüssigkeit, die wird ganz sauber und hoch konzentriert, sehr ergiebig auf die Oberfläche aufgetragen und führt dann zu sehr langen, zu sehr schnellen Ski, die über eine sehr lange Dauer halten. Also wir sind 60 Kilometer, 90 Kilometer mit diesen Skiern gefahren und haben ausgezeichnete Ergebnisse erreicht. Und natürlich ist das Ganze sehr sauber, sowohl was den Arbeitsbereich und die Dampfentwicklung oder Emissionen angeht. Es gibt keine Emissionen. Als auch die Flurfreiheit der Produkte, die sehr umweltfreundlich sind, also sowohl für die Gesundheit sehr freundlich sind, als auch für die Umwelt sehr gut sind. Denn wir verwenden Kaliumwasserglas als Bindemittelbasis und das ist Pflanzendünger. So, jetzt haben wir das Produkt vorgestellt. Wie können wir Sie oder interessierte Leute Sie am besten erreichen, um dieses Produkt zu erwerben oder sich einfach noch nähere Informationen einzuholen? Am besten geht das natürlich über das Internet heutzutage. Wir haben eine Internetseite, flexit.shop und dort kann man weitere Informationen bekommen, auch über unseren Wachs-Service, den wir immer wieder anbieten, also einen Renn-Service, den wir anbieten. Und dort kann man dann entsprechend sich die Skier vor Wettkämpfen dann auch präparieren lassen. Und wir haben dort natürlich auch einen Shop, in dem man dann diese Produkte auch köfflich erwerben kann. Gut, Dankeschön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.